Schnapp Ja, probier uns Wenn wir verlieren, kriege ich minus 500, sind die gestört Ja, nice, E-Gang direkt AFK Scheiße, du willst uns nur abbringen Kommen schon da, die gehen underground Die sind direkt wenns ab Kommen wir durch Fader Eine ist aber schon durch Auf der BOM Bomb outside T-Red Eine ist unter mir Nein, das wäre ich unter dir Aha Ich kann ziehen von outside, in und durch den Ja ja, ah ja Der kommt, der ist in der Der letzte ist an Perfekt Ok, ein Problem Komm immer durch Immerhin Outside, outside, 3, 3 Spielen alle Deagle Der letzte Stoff, ja Ich hab da nen Flag aufm Bildschirm Oh, er hat sogar Skow gespielt Ist das Fax, da noch B oder wie? Ja, wahrscheinlich Ich bin schon Ich warte schon mal auf B hinter der Tür Er ist noch Out von oben Entweder Out oder B Warst du nicht selbst Doch B läuft rein Er plantet nicht Er hat sich's anders überlegt Er plantet nicht, weil er tot ist Du wärst Scouter vor dir Er ist von außen hingelaufen Warte Ah, er ist auch gesprungen Nice Ein P9 ist einfach ein Sniper Ja Wir haben ja zwei Er steht alle unter U-Team Flasch oder sonst was Habt er denn bei mir? Der letzte war eine Window, glaube ich Nice Bibi, machst du schon Main mit dem Spawn? Ja, da... Dr. Sam schaut aus wie der Plammer zum EFK Ja Ja Ja, du hast ja schon mal auf den Ja Oha, strong, strong Gertke Okay Jetzt sind wir flawless für das Manni Oben, oben Oben Scout auf dem... Silo Silo, ja Silo Berger Die wirfen mal ein Nade auf Schön War die Hände erwischt Das war ein... Echter Echter Ein Bruchteil von einer Sekunde Ja, okay, da bin ich jetzt nicht Ja, probier'n's Silo abe Vorsicht Silo abe Zwei Outsight Ich hab nur noch 13 AP Und ich kann da rausflaschen Ich hab noch Ich hab noch Outsight war noch Aave Er war Aave, Outsight, glaube ich Ja Auf Outsight Fell back Ja, das war ein guter Call mit der Door Dass wir das gleich... Gleich Outsight Ja Jawoll Leute, ich hol die Aave Ich brauch's ja ane Ich brauch's ja ane Ich brauch's ja ane Ich brauch's ja ane Er hat ein T-Raid was Aber ane Dosser Schöne Ah, scheiss du Er hat nur 3 AP Mir geht's netz dahe Outside Da ist ein Arner Ja, ich weiß Reload Ja Ich hab den da Schön Ich hab den da Ich hab den da Back wieder Ich bin Ich bin in der normalen Wand hineingerein Wir haben einen Squeaky Die sind, glaub Aave Die sind unter uns Blenden unter uns Ja Ja, und dann hab ich nach rechts laufen gesehen, oder? Ich hab halt noch ein HP, gell? Ja, einer ist B da unten Da rechten Seite Ja, nice Unter, Meg Unter, unter dir Schööön! Schöööön! Wichtig und richtig Na gut Job Nur der Spawn muss man gehen Aber wenn du Spock kommst, ist mit Molly Es ist total problematisch Schöööön! Nuller Stop! Unser AWP ist gefallen, Anna Zwei in der Orange Door, König Ja, ja, ja Bombe liegt, Bombe liegt Aspott Er kommt von außen, einer kommt von außen Ja, schön Amelaner Ah, shit Schön Ah, berichtiger Refrig Super Leute Kilo an Bombe ist von mir da, oder? Ja, von mir Schöne Ich lieg dir Ah, T-Red, T-Red T-Red already T-Red already Ah, er ist da Er ist P-Rams, P-Rams Äh, ja Die sind von außen halt schon reingelaufen Komm zu dir Äh, Vivi Ja, der hat wohl die Leute offen gekommen Der Leid Der hat der Pump gar nirgendwo Ich verstecke mich gleich Ja, der plant die Nummer Ja Der hat schon offen, der von der Die deck ich dich von da Kann ganz offen Ja, ja, ich bin da Ist immer nach Awe, outside Ab der, wo bei der Tor gekommen ist Richtig Da hast du schon Bombe im Blick, oder? König Jaja, wo für die ja immer Bombe ist. Die sind jetzt gesmogt, die kommen fix unter dir. Oh, das ist das Hustle. Achso, jaja. Ah! Fuck! Die Bombe liegt outside. Der letzte ist outside, letzte ist outside. Und die Bombe liegt da los. Kannst du B machen, Moritz? Von der Karte. Ich schau mal da kurz. Ja, passt. Oberleuchte. Super. Hey, du stirbst am Last, gell? Jaja, ja. Ich hab gemeint, das ist voll auf B. Aber in dem Fall, ne? Ja, hätte ich auch machen können, aber... Lustig. Zwei sind noch gestorben, Werner. Zwei, zwei, zwei. Das ist eine gute Tür für sie. Da ist schon einmal einer. Ah, shit. Er hat aber mich nicht gefress. Ohne Bombe liegt das. Was? Outside on. Wie, wie, da ist noch einer im Hüsel links. Ah, ja. Nice. Den haben wir geholt, der blieb, man. Du hast ihn schon zweimal gehettlicht. Ja, ich... Dass der noch lebt, ist mal... ...rätselhaft. Also... Oh, und ich verliere es. Ohne, die ist ein Under. Hobby. Kloß mehr, Vibi. Ah, fuck. Ja, beide außen. Beide außen. Beide außen. Beide außen. Ja. Oh, fuck. Der hat schon Angst. Er hat ihn nicht geplantet. Mhm. Ah! So mit rechts. Ist er sicher durch? Doch, doch. Ja, aber es war letzte Runde. Also geplant war ich nichts. Wer? Ein Vollraum. Ah, er geht nirgendwo an. Er schaut gar nicht. Er ist wirklich ein... Ein Hobby-Gamer. Ja. Da würde ich jetzt gerne gegen deine Vorgaben... Mehr, mehr, mehr! Aus, 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 aus der Tür. Das ist immer so ein Fehler, dass immer alle in der Türrahmen stehen bleiben. Ja, ich bin... Ja, beide von unter... Ah, hell. Böse hell. Böse hell. Ramp warnt. Ich bin unter in der Arsch-Ecke. Verstecken euch. Was sind denn hier? Was sind denn hier? So, Ramp. Sorry. Kommen beide. Ich bin unter dem Arsch-Eck. Böse, Ramp. Lanzi, komm mal. Er hat mit mir gerechnet. Nein! Oh, Scheuer, Moritz! Wichtig, wichtig! Wichtig, wichtig! Der Hound flasht selber, ey! Oh Gott, gerade los geht! Ja. Gaut, outside beim Silo. Ja, Königas holen. Habe ja. Habe ja. Habe an. Bei Ramp. Ah, da ist noch einer. Ramp. Habe ich auch noch. Ja, schön. Machen wir zu. Ich gehe mit der B-Ramp. Die Lanzi, glaube ich, schon pflücken. Oh, Dr. Sam. Ich bin der B. 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 B ist wieder down. Dr. Sam hat den für mich geholt. Ja. B ist offen. 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 Nice Leute! Was für ein Storm! 24 Minuten, äh... 22 Minuten. Was? Ja, ist ja nicht länger gegangen. Okay, der war geil. Der war gut. Es war ein Storm. Sehr gut. Es war echt wild. Dr. Sam war dabei.